ok wenn die mir vielleicht sagen was ratten gar nicht mögen dann gehen wir mal wieder wir haben das Hühnchen was haben wir denn gerade? wir haben noch die Pfefferminz wir haben das Gummihuhn wir haben ein Goldstück ah wenn der Koch wieder rauskommt aha glücklich und Feuer ansonsten die Piraten nichts neues ich habe den Schatz ich habe kein Schwert und der Gouverneurin dass sie dort stehen kann ich auch nicht weil ich nicht an die Gouverneurin derzeit rankomme ah hab ich das gehört ja der Koch geht raus ja gut so dann nehmen wir doch nochmal das wir benutzen das mit das ok das funktioniert so nicht dann benutze das ok gut das funktioniert nicht dann benutze top mit das ist ein top hm das können wir auch nicht verwenden jetzt haben wir aber auf jeden Fall das Stück Fleisch für den Typen der im Kerker im Kerker wir müssen uns irgendwo einen Becher herholen damit wir Croc kriegen und die 100 benutze mit dem Typen keine Reaktion gar nichts gut so so it's still 10 o'clock so benutze Fleischhaufen mit Otis nein ok Durchgang das Geschäft das bringt mir auch nichts so aber was steht denn da zum Beispiel drin steht da vielleicht drin welchen 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 na Code der Tresor hat so nimm das scheiß Plakat Tresor hat ach da auch nicht hier in die Richtung geht aber auch nicht mehr die Tür ich kann das Schild untersuchen nur für Angestellte nur für Angestellte ok Angestellte bin ich nicht ich kann das nicht ich kann das nicht mehr before ich kann das nicht mehr tun ich kann das nicht mehr doch Die Schaufel. Das Schwert. Die Schaufel haben jetzt ein gutes Problem. Wenn du etwas überstehen möchtest, denk mal wieder. Oh, das ist aufmerksam. Wenn du etwas überstehen möchtest, denk mal wieder. Gib das dem. Schiebe. Schiebe, schiebe, schiebe. Wenn du etwas überstehen möchtest, denk mal wieder. Könntest du zuhören? Ich hatte heute heute zu früh. Sonst sehe ich jetzt auch nichts. Da ist die Gasse, da ist die Tür. Irgendwas muss noch mit dieser Gasse sein. Aber bis auf dieses Plakat und den blöden Schild habe ich keine Verwendung. So, Piranha Pudel. So, dann werfe ich das Stück Fleisch wieder hin und dann essen die sich erstmal wieder schnell satt. Ah, warte. Kann ich benutze? Wir machen. I. Wow. Benutzer, das. Nein. Ich wollte, dass hier die Pfefferminze mit den Fleischhaufen verwenden. Ich denke, dass hier nicht funktioniert. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Okay. Ah. Ich denke, dass ich sie nicht überstehen kann. Ich denke, dass ich sie nicht überstehen kann. Okay. Ich denke, dass ich sie nicht überstehen kann. Ich werde das nicht überstehen können. Warum würde ich das Elliott-Schötze gleich mit... Ne. Das ist es halt einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Verdammt. Hat jemand Plan? Hat jemand eine Idee? Ich habe eine Goldmünze, ich habe einen Topf, ich habe ein Protokoll, ich habe einen Gummihuhn und ich habe Pfefferminz. Warte mal, kann ich? Ich benutze Gummihuhn. Lege die Ratte allein. Hey Mann, Frank, mach ihn zuhören. Oh, jetzt schau, was du getan hast. Okay, jetzt ist die Ratte abgehauen. Aber es bringt mir jetzt auch nichts weiter. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Kann ich dem vielleicht ein Stück Fleisch geben? Okay. 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 Oh, wow. Oh, wow. Das ist... Also... Die Steuerung ist... Famos schlecht. So. Okay. Ja, ist ja okay. So, jetzt aber. So. Ich würde sagen... Nimm das. So. Dann haben wir jetzt auch den scheiß Hering. So. Toll. Ähm. Benutzer. Hering. Mit dem Fass. Ne. Die Tür. Tisch. Die Tür. Tisch. Das scheint nicht zu funktionieren. Soll ich das Fleisch... Verlegen können. Was? Ach, das sind Hinweise. Ah. Soll ich das Fleisch mit etwas würzen. Ähm. Gut. V. Benutzer. Das mit dem Eintopf. Geh zu Fleisch im Eintopf. Äh. V. Nimm. Was? Oh, nein. Oh. Got it. Versuche gekochtes Fleisch. Okay. Ah. Gott. Ah. 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 Geht sogar und macht sich im Wald auf die Suche nach dem gelben Kuhn... Ah, okay. Ich habe nämlich den Satz nicht ganz mitbekommen, den er gesagt hat. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal auf die Suche nach dem... Ja, ich verwende hier Hinweise, weil ich jetzt auch denke, wir sind jetzt eineinhalb Stunden vergangen und wir sind noch nicht großartig weiter. Ab zur Gabelung. Ja, eineinhalb Stunden, das ist ja Wahnsinn, ey. Geht zu Part, geht zu Part, ansonsten... Geht zu Part, okay, dann gehen wir dem Part lang. Uh, ja, ich würde sagen... Achso. Ah, das junge Gelbes Blüten bleibt, sehr gut. Ich versche... In diesem Leveren, die ist schon eine Karte oder Führung oder sowas. Ah, okay. Ah, ah. Okay, das geht alles gestorben. Okay, gut. Äh, Sherlock Holmes. Ja. Ja. Vielleicht. Irgendwann. Ah, okay. Gut, das haben wir schon, dann kommen wir jetzt ja hier weg. Ich hätte gerne eine deutsche Synchro gehabt, aber das war ich selber. Ich kann zwar eigentlich, ich würde auch sagen, ich kann es relativ gut, aber ich bin trotzdem immer froh, wenn man eine deutsche Synchro hat. Macht es einfacher. Dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht so lange nach Sachen gesucht, sondern hätte das eher gewusst. Da sollte etwas drin sein, weil ich halt doch immer, gerade wenn ich nebenher ein bisschen rede, oder vielleicht Gedanken drin stecke, geht es mit deutscher Synchro besser. Okay. Ich habe nur mit dem Bauch über den Blumen. Ich weiß, dass es den Kratzer fliegt. Okay. Ab in die Kanone. So, Entschuldigung. So. Jetzt. Beste Brüder ever. Wiesel. Weevil. Miscreant. Toddy. Nerdowell. Kann ich eine Trampoline benutzen? Sag, Derson. Wie magst du die Chance? Eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Eine Chance für ein fantastisches Feet. Eine Death-Defying Feet. Na, nicht so Death-Defying, wirklich. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Aber nur alle. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Einer, großartig. Das Brüder. Éc Ihr. Wissen, Alfredo! Und mein Bruder Bill. drilling gut? Na gut? Es ist sehr über die Chance, richtig. Man sieht den Kratzer nach oben? Ja. Alle, was du musst, ist, schakiere den Kratzer und takenدeln, Ich würde dich rausziehen. In der Wohnung. Das ist ziemlich sicher. Also, was sagst du? Wie viel Geld? Wie viel Geld? Wie viel Geld? Wie viel Geld? Okay, gut. Hast du ein Helmet? Äh, nein, wieso? Bauschein? Äh, nein, ich habe keinen Helmet. Will ich einen brauchen? Keinen Helmet? Oh, du musst einen Helmet. Ich habe keinen Helmet. Ich habe keinen Helmet. Nein, Série. Geh einen Helmet und dann können wir den Helm machen. Ah. Okay, ich weiß schon mal, wo ich das Geld herkriege, wenn ich einen Helm habe. Okay, das ist schon mal... Damit könnten wir dann uns alles kaufen, was wir brauchen. Oh, hässlicher Pirat. Schnell weg. Wir haben keinen Schwert. Hässliche Piraten. Ah. Ah, nee, okay. Hier passiert uns noch nichts. Gut. Wenig zu Bozek für meinen Geschmack, ja. Restroom, Souvenirs, Hook Island. Ah. Viel zum Pfahl. So. Dann. Verwende. Huhn. Aha. Was ist sie? Geht doch. Oh. Mach mal wieder. Oh. Oh. Was ist hier? Is. Dez. Was. Dez. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.